Die United Nations Convention to Combat Desertification, das Manko sozusagen, dieser UNCCD, ist, dass es wirklich sich ausschließlich auf Trockengebiete der Erde bezieht und man befasst sich vorrangig damit, Wüstenbildung zu bekämpfen. Das versucht man schon seit einigen Jahren auch etwas auszuweiten, aber da gibt es dann auch im internationalen Gefüge immer ein bisschen Schwierigkeiten. Dann gibt es natürlich noch die Konvention zur Biodiversität, die befasst sich jetzt nicht unbedingt so sehr mit den Bodenkleinstlebewesen, die ich vorhin gezeigt habe, aber dennoch ist natürlich die CBD auch für Bodenschutz und Bodennutzung für große Befreude. Da kommt beispielsweise Aufmerksamkeit, wenn es um Forstwirtschaft, Aufforstung, vielleicht nicht Abkommission geht. Genauso die Klima-Rahmen-Konvention. Die Klima-Rahmen-Konvention hängt in der Form also mit Böden zusammen, dass man einerseits anerkennt, zunehmend, dass Böden auch eine Rolle in der Bekämpfung von Klimawandel spielen können, aber eben auch viele Staaten der Welt zunehmend, Schwierigkeiten von Landwirtschaft zu betreiben. Das heißt, wir brauchen Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel. Und all diese drei Konventionen sind ja die Rio-Konventionen von 1992, die dann vorgegangen sind auf der Konferenz Rio Plus 20 im Jahr 2012. hat unter anderem sehr stark vor allem auch durch UNCCD, man ist dazu gebracht, Forderungen nach einer Land Degradation Neutral World wirklich auf einer politischen Ebene noch stärker zu verankern. Das hat dazu geführt, dass in der Agenda 2030, die die Fortführung darstellt, der Millennium Development Goals, es ein eigenes bunter Ziel gibt zur Bekämpfung von Bodendeklarationen. Die Sustainable Development Goals, ich weiß nicht, wie weit das hier ein Begriff ist, das geht zurück auf eine Initiative von Kolumbien und Guatemala, das heißt also Entwicklungsländer, die gesagt haben, eine Fortführung der Entwicklungsagenda weltweit sollte nicht ausschließlich sich wieder auf Entwicklungsländer beziehen, es soll keine Südagenda sein, sondern sie soll sich global auf alle Länder der Welt beziehen. Die Ziele sollen von allen Ländern universell angewendet werden können und man hat also in sehr umfangreichen, sehr intensiven Verhandlungsprozessen letztlich einen Katalog von 17 Zielen und 179 Unterzielen erarbeitet. Die Ziele wurden dann im September 2015 von der Vollversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Alle Staats- und Regierungschefs haben sich auch darauf verpflichtet und das sind sie in der Übersicht. Ziel Nummer 15 bezieht sich also auf den Schutz von Life on Land und ich sagte ja, es gibt eben 169 Unterziele und so hat eben Ziel Nummer 15, das Unterziel 15, 3. Entschuldigung, 15, 3 kann später noch, 15, 3 bezieht sich explizit auf die Erreichung einer Land Degradation for Work. Wir sind jetzt kurz davor, mit Januar 2016 beginnt also die Implementierung der Agenda 2030 und auch das soll wieder in sogenannten globalen und auch nationalen Partnerschaften erfolgen. Unterstützt wird sowas dann in der Regel durch sogenannte Means of Implementation, das ist ein eigenes Ziel. Darunter finden sich dann eben Bestimmungen zum Thema der Finanzierung, Technologietransfer. Spezifizieren wurden beispielsweise Finanzierungszusammen und in der Konferenz zur Finance for Development in Alessandera im Jahr 2015 im Juli. Und man hat sich also darauf geeinigt, dass die SDGs sektorenübergreifend, wissensbasiert und auch wieder in Multisac oder Prozessen umgesetzt werden sollen. Die Rolle mit Böden in der Agenda 2030 ist zentral. Warum ist das zentral? Ich meine, ich habe jetzt schon relativ viel auch darüber gesprochen, Böden zur Produktion von Nahrungsmitteln, Böden zur Produktion von Energie. Wir wachsen, die Bevölkerung wächst weiter, die Verstetterung nimmt zu. Schon heute leben ungefähr 60% der Menschen in Städten. Und auch das wird noch weiter zunehmen. All das führt natürlich dazu, dass einerseits Böden ganz zertral sind in der Umsetzung der Agenda 2030. Andererseits deuten sich schon ganz massive Nutzungskonflikte an. Und es muss also gewährleistet sein, dass die Umsetzung der Agenda 2030 wirklich nachhaltig bleibt. In dem Sinne, dass eben auch die Ressource Boden weiter geschont wird. Ja, es mag sein, dass ich einen leichten Afrika-Fokus habe, aber es ist ebenso Böden sind zentral für nachhaltige Entwicklung. Und die Verbindung zwischen Bodendegradation und Armut ist dann eben auch wieder ganz besonders stark ausgeprägt im südlichen Afrika. Dort sind also zwei Drittel der Menschen abhängig vom Land, eben auch vom Land und bestellen also die gesamte Arbeitskraft, die gesamte Arbeitskapazität ist also in der Landwirtschaft tätig. Und diese Darstellung hier zeigt also von links nach rechts das Verhältnis von Bodendegradation zu Armut. Je stärker ausfällt die Bodendegradation ist, desto höher ist auch das Niveau der Armut in vielen Ländern. Natürlich gibt es da keinen Eins-zu-eins-Zusammenhang, natürlich liegen da einfach ganz viele Faktoren übereinander. Natürlich hängt auch ganz viel damit zusammen, das ist auch wie mit den Investitionen. Ganz vieles hängt letztlich an den Institutionen in den jeweiligen Ländern. Also Länder mit nicht so guter Regierungsführung sind eben dann auch oft Länder, in denen die Ressourcen besonders etwas degradiert sind, sind die Länder, in denen eben besonders stark auch bei solchen Landinvestitionen dann Rechte von Menschen nicht beachtet werden, wo eben die Menschen dann vom Land vertrieben werden und so weiter. Aber dennoch, das ist eine Darstellung von der FAHO, von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. Ich denke, da kann man einigermaßen sagen, das ist vertrauenswürdig. Ja, die Aussage vorhin war, dass Böden ganz zentral sind in der Agenda 2030 und für die Erreichung der SDGs, für die Agenda von nachhaltiger Entwicklung. Das spiegelt sich auch einfach wieder in den jeweiligen Zielen. Also es gibt zwar das explizite Ziel zum Schutz der natürlichen Ressourcen, aber auch in vielen anderen Zielen, in Poverty, Ernährungssicherheit, Energie, überall dort steckt also Boden drin. Wenn zunehmend Bioenergie produziert werden soll, dann hat das natürlich Konsequenzen für die Landenbutzung. Gleiches gilt auch wieder für die Frage der Stadtentwicklung, der Verstetterung. Das habe ich auch genau, das habe ich alles schon angerissen. Hier ist also das berühmte Ziel 15.3 letztendlich. Auch hier taucht natürlich Desertification mit auf. Das ist auch natürlich ein ganz zentraler Punkt, Desertifikationsbekämpfung. Es steht aber auch drin, dass man eben degradiertes Land und Boden restaurieren möchte, rehabilitieren möchte, um wirklich diese Land-Degrabitations-Vertale Welt zu erreichen. Wie genau das letztlich vonstatten gehen soll, ich denke, das wird noch eine ganz interessante Frage werden, weil beispielsweise immer, wenn es um Neutralität geht, bei so globalen Abkommen, dann kann das mehr dazu führen, dass man sagt, ich kann hier machen, was ich will, weil ich kann ja dann in, ich sage jetzt mal, Südamerika, wenn ich immer Afrika so sagen, kann ich ja dann zur Wiederauffostung beitragen und damit habe ich das Neutralitätsbezüge. So funktioniert es ja auch beim Emissionshandel ein Stück weit. Das ist einfach auch nochmal zur Bedeutlichung der steigenden und konkurrierenden Nachfragen. Ich habe schon die Nahrungsproduktion angesprochen vorhin. Das ist jetzt eine Darstellung zum Anstieg der Nachfrage vom Land für die Produktion von Bio-Sprit, also Bio-Ethanol und Bio-Diesel. Also, das muss nicht so kommen, das ist ja eine Projektion, aber das erfordert dann eben, dass wirklich sektorübergreifend und fachgebietsübergreifend Politik auch betrieben wird. Also, wenn man ausschließlich Ziele zur Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien ausgibt, ohne zu berücksichtigen, welche Konsequenzen das hat für Landnutzung, dann kommt man eben daraus, dass die Nachfrage beispielsweise auf dieser Seite ganz massiv antreibt und das Land dann an anderer Ecke unter Umständen fehlt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um solche Nutzungskonkurrenzen ein bisschen auszugleichen. Aber letztlich ist auch, also habe ich vorhin auch schon gesagt, die Intensivierung der Landwirtschaft beispielsweise durch zunehmenden Einsatzschwende von Düngern, kommt auch also an die Grenzen und inwieweit also wirklich die Steigerung der Nutzungsintensität dazu beitragen kann, dass Ertragssteigerungen noch erzielt werden. Das ist eben gerade dort, wo man theoretisch diese Potenziale sieht. Und das ist fraglich. Also wir sehen das, wir erleben das eben selbst in unseren Projektländern, wo wir unterwegs sind. Theoretisch sind die Potenziale wahnsinnig hoch. Rein praktisch gesehen funktioniert es einfach nicht so. Dazu kommt, dass eben wir auch immer noch uns wahnsinnig hohe Mengen an Nahrungsmittelverlusten erlauben. Einerseits natürlich eben in Europa, wo einfach fertig produzierte Ware in die Tonne wandert, aber in Ländern, eben im südlichen Afrika beispielsweise, gibt es eben vorrangig so etwas, die sogenannten Post-Harvest-Lotze, weil eben nicht genügend Kapazitäten da sind, die Produkte nach der Ernte zu lagern, zu kühlen. Die kommen nicht zum Markt, sie verfaulen. Und sowas kommt mit dazu. Genau, und natürlich die berühmte effizientere Energienutzung, von der wir ja auch in Deutschland schon seit vielen Jahren reden, die Proverbe auch nicht vorankommen. Das heißt also, wir werden zusätzliche Flächen benötigen. Die Frage ist, ob wir die auch irgendwo finden können, ohne gleichzeitig wieder mehr Wald, den Ackerland umzuwandeln. Genau sowas will man ja zunehmend verhindern. Das sind internationale Initiativen, die eben wirklich dazu beitragen wollen, jetzt wieder Land aufzuforsten. Also auch kürzlich in Paris, wo sich gerade auch afrikanische Länder zunehmend dazu, also sich zusammengeschlossen in der Afrikanischen Union. Und haben gesagt, sie wollen bis 2030 die Wiederaufforstung von 100 Millionen Hektar erreichen. Das beinhaltet sicherlich zum Stück auch die Agroforstwirtschaft. Also kürzt sicherlich zum Stück dann auch landwirtschaftliche Produktion mit ein. Aber nicht notwendigerweise trägt das jetzt wirklich dazu bei, dass der Bedarf an Nahrung wirklich gedeckt wird. Und es sagt ja auch schon, wir auch in Europa weltweit werden also Böden gefährdiert und kommen zunehmend an den Anschlag und es wird zusätzlich Fläche gebraucht werden. Hier beispielsweise dann eben rechts im Bild. Zum Beispiel die graue Säule, das ist die konservative optimistische Schätzung, dass wir 90 Millionen Hektar zusätzlich jährlich in Betrieb nehmen müssen. Und etwas weniger konservativ, weniger optimistische Schätzung gehen also von 225 Millionen Hektar aus. Ja, das ist ein kurzer, knapper Ausblick. Ich dachte ja, wir sind sehr involviert, beispielsweise in der Diskussion von Prozessen wie der Agenda 2030. Wir machen relativ viel im Bereich Multi-Stakeholder-Plattformen. Wir führen im Rhythmus von 1 bis 1,5 Jahren eine große Konferenz durch, die sogenannte Global Soil Week, wo Leute aus der Praxis, aus der Politik, aber auch aus der Zivilgesellschaft, aus allen Ländern der Welt, also alle haben wir noch nicht, aber wir haben schon letztes Jahr aus 80 Ländern der Erde, die wir super gehabt haben, aus allen möglichen Bereichen, wo auch unter Fragen von Landwirten, Landrechten, Bodendegradierung gesprochen wird und nach Lösungen gesucht wird, wie man das zusammenführen kann. Wie man beispielsweise eben solche Nutzungskonflikte, die sich auch durch die SDG-Agenda abzeichnen, ausbalancieren kann. Gleichzeitig bleibt natürlich die Wissenschaft zentral. Wissenschaftliche Beiträge, beispielsweise auch mit dem Blick auf die Entwicklung von Indikatoren, teilweise auch schon alleine mit dem Blick auf die Erfassung des Status von Bodendegradation oder Bodenzustand, sind natürlich zentral oder auch zur Weiterentwicklung von Maßnahmen für Bodenschutz oder Gewirtschaftung. Aber das sind jetzt eben technisch orientierte Wissenschaften, aber auch die Sozialwissenschaften kommen ja ganz massiv zu Zug, die eben auch mit dazu beitragen sollen, müssen, das weiterzuentwickeln, diesen Ansatz, dass wir reden miteinander, wir reden darüber, das weiterzuentwickeln in einem, wir reden miteinander, wir reden darüber, wir entwickeln gemeinsame Lösungen, wir entwickeln gemeinsam neues Wissen, was wir dann auch weiter in neue Prozesse mit einspeisen können. All das erfordert natürlich weitere Forschung. Wir brauchen die sogenannten Means of Implementation, die wirklich hinzugesagt werden in solchen internationalen Abkommen, die dann durch die nationalen Regierungen zur Verfügung gestellt werden müssen. Und ich habe es gesagt, die SDG-Agenda ist eine Agenda für alle Staaten, die SDGs sollen universell anwendbar sein. Das heißt, die Implementierung steht nicht nur irgendwo in Südamerika, Asien oder Afrika, sondern das betrifft auch uns, das betrifft auch Deutschland. Hier wird zum Beispiel das ISS mit dem Rat von nachhaltiger Entwicklung im nächsten Jahr beginnen, einen Prozess zu starten zur Implementierung, zur Reposition der Implementierung der SDGs in und durch Deutschland. Bezogen auch auf Fragen wie beispielsweise Bildungsverschwendung in Deutschland, Versiegelung in Deutschland, aber auch mit der Frage nach Investitionen von Deutschland in anderen Ländern, mit der Frage nach unserem virtuellen Landimport. Und genau, und all das machen wir also im Rahmen von Multi-Stakeholder-Prozesse, wie das so schön heißt. Ich habe mich bemüht, möglichst viel zu übersetzen, aber ich finde, alles zu übersetzen, ist nicht so einfach, wie ich würde sagen, Multi-Interessen-Vertreter-Prozesse, wie das so schön heißt. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und ja, ich stehe jetzt... Dann können Sie Ihre Stimme noch ein bisschen erholen. Und ja, Frau Sperg sind durch eine Erkältung entworfen, die sehr betroffen gewesen ist. Und daher machen wir das einfach mal und starten anschließend mit der Diskussion. Nach ganz kurz. Stellen wir uns einmal vor, der fruchtbare Boden dieser Erde würde zu Ende gehen. Ohne ihn wäre unser modernes Leben nicht möglich. Die Möbel an deiner Wohnung, das Gerät, auf dem du gerade diesen Film siehst, die Nahrung in deinem Kühlschrank, sogar deine Kleidung. All das gäbe es nicht ohne den Boden. Eine Ressource, die in tausenden Jahren entsteht, von uns aber in kürzester Zeit verbraucht wird. Besser, wir handeln jetzt. Wir entfernen uns immer mehr vom Land, vom Boden. Zurzeit liebt die halbe Weltbevölkerung in Städten. 2050 werden es fast 70 Prozent sein. Städte brauchen ländliche Regionen für Nahrung und Rohstoffe. Sie verschieben große Mengen an Boden. Viele der europäischen Lebensmittel werden mit dem Boden anderer Kontinente produziert. Jeder Biss hat globale Folgen. Wir essen von fremden Tellern. Die Lebensgrundlage von Menschen auf der ganzen Welt hält von ihrem Zugang zu fruchtbaren Böden ab. Damit Bauern ihr Land nachhaltig bewirtschaften können, muss das Land ihnen gehören. Die aktuelle Politik begünstigt oft hochindustrialisierte Formen der Landwirtschaft. Diese suchen meist den schnellen Profit und ermühen den Boden mit exzessiver Bewirtschaftung. Pestizide, Bodenkulturen sowie intensive Verbesserungsmaßnahmen laugen den Boden aus. Sicher ist, kurzfristige Interessen lassen den Boden unfruchtbar zurück. Damit gefährden sie auch die Lebensgrundlage der Bevölkerung vor Ort. Weltweit kämpfen Anbewegungen für dieses Recht. Immer wieder mit Erfolg. Um jedoch Veränderungen in großem Maßstab zu bewirken, benötigt es politische Lösungen. Parlamente stehen in der Pflicht. Landrechte und Bodenschutz brauchen Gesetze und Kontrollen. In jedem Land und international. Langfristige Land- und Nutzungsrechte bilden die Grundlage. Stellen wir uns einmal vor, der furchtbare Boden dieser Erde würde zu Ende gehen. Ohne ihn wäre unser... Aber immerhin, der Herr Einstieg machte schon wesentliche Vorzüge des Vortrages. Eine Frage, die sich mir in Bezug auf eine, wenn nicht sogar die erste Folie stellt. Es ging um die 15 Tonnen Lebendgewicht von tierischem Potenzial in einem Hektar Boden. Fand ich interessant, beziehungsweise die Frage geht in Richtung der Differenzierung. Lässt sich eigentlich sagen, wie groß der Anteil dieses tierischen Lebens im Boden unter konventioneller oder ökologischer Bewirtschaftung ist? Also ich weiß aus einem ganz anderen Videostreifen, dass es da große Unterschiede zu geben scheint. Ich kann das aber nicht quantifizieren. Ich kann es in Bezug auf das Probenleben auch nicht qualifizieren. Was da besonders stark geschädigt wird in der einen oder anderen Variante. Ist da etwas dazu? Das ist wiederum kalt erwischt. Auch ich kann es leider nicht quantifizieren. Ich bin kein quantitativ arbeitender Mensch. Nee, aber es gibt diese Unterschiede, die sind schon auch sehr deutlich. Aber es tut mir leid, ich kann es nicht quantifizieren. Gerne weitere Fragen? Weniger quantifizieren. Ja bitte. Als wir uns ein bisschen die Frage stellen, warum ist jetzt die Urbanisierung jetzt so ein Problem für die Böden? Weil ich denke mir, so eine Stadt ist ja eigentlich komprimierter. Gut, ich kann mir vorstellen, es gibt andere Probleme. Es sind Leenzüberschaffung, das ist natürlich das lange Weg und so. Aber es ist für mich jetzt kein Wohnproblem. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt ein Problem ist. Weil wenn man zum Beispiel ein Hochhaus hat, da leben ja viele Menschen, das sind übereinander. Also das Finschland erschließt sich einem vielleicht nicht unbedingt direkt, aber zum einen ist das glaube ich, das ist so ein bisschen die Idealvorstellung in der Stadt wird verdichtet. Also in Berlin beispielsweise merkt man da nicht so viel von und es werden Flächen gebaut, die nicht bebaut werden müssten, weil Berlin, also hier ist Berlin, weil ich da lebe, weil ich mich in der Stadt bewege. Aber das gilt glaube ich für viele andere Städte weltweit auch, dass einfach die Ausdehnung und die Fläche trotz allem zunimmt. Trotz, also wenn neu gebaut wird, wird in der Regel wenig Flächenrecycling getrieben. Und es wird auch mehr in die Fläche gebaute Menschen fahren, weil es in Frage auch mehr Wohnraum pro Kopf, als das vor 20, 30 Jahren noch der Fall war. Und das andere ist eben, dass es ein Problem für den Boden ist oder für die, wenn ich den Boden als Produktionsfaktor, dass viele Städte oder eben Umland vieler Städte, das gibt es aber wirklich tatsächlich auch wieder für Berlin und ich nehme an, das ist aber auch in Hamburg, in anderen wo, in Güneburg sicher auch ähnlich, dass häufig Boden, attraktiver, attraktiverer Ackerboden, guter Boden, attraktiver Boden, dann nicht als Ackerboden ausgewiesen wird, sondern als Bauland. Und das ist ein Phänomen, das haben wir immer noch in Deutschland, in anderen wo in Europa, das ist ein Phänomen, was es auch weltweit gibt. Also neulich auf einer Konferenz, auf einer internationalen Konferenz wurde uns das auch nochmal bestätigt, ist, dass das generell einfach das Prinzip ist, dass guter Ackerboden als Bauland ausgewiesen wird. Was häufig natürlich irgendwie mit der Logik der Siedlungsfaktoren einfach zusammenhängt. Ich meine, die Siedlungen wurden oder werden häufig da geschaffen, wo die Böden gut sind. Und ja, so geht das dann eben weiter. Wenn die Siedlungen dann wachsen, dann wird eben auch von gerade gutem Boden mehr verbraucht. Und zu dem ersten Aspekt, wenn es also um Urbanisierung, um Verstädterung geht, dann haben wir den Effekt, dass eben nicht nur nachverdichtet wird, sondern tatsächlich auch an der Peripherie wird, man muss jetzt sagen, wieder zugebaut. Scheint auch in Lüneburg, das neueste Baugebiet im Nordosten, ist dann eine Erweiterung in die Fläche. Auch weil Nachverdichtungspotenziale nur noch sehr, sehr der Grenze vorhanden sind. Und auf der anderen Seite, da wo die Leute herkommen, da wird es ja nicht an Siedlungsfläche weniger. Es wird ja nichts aufgegeben. Noch nicht, muss man sagen. Vielleicht noch nicht. Im demografischen Wandel kann es vielleicht dazu kommen. Und in Ostdeutschland hat es auch tatsächlich Stadtrückbau gegeben. Aber in der Summe wird eben, das haben Sie auch deutlich gemacht, mehr Fläche verbraucht. Jahr zu Jahr mehr Fläche der Bodenproduktion hinzuzogen. Ganz kurz vielleicht zur Ergänzung, weil in der Ankündigung hieß es das, glaube ich, auch. Und ich hatte das zwischendurch auch mal gesagt, dass es eben wichtig ist, dass das gerade in der Politik dann auch zunehmend, also auch fachübergreifend, sektorübergreifend gedacht wird. Und da ist das ein ganz wunderbares Beispiel dafür, wo man eben sagen könnte, naja, warum setzt sich dann nicht das Nachwirtschaftsministerium beispielsweise mit dem Bau- und Entwicklung- und Stadtentwicklungsministerium zusammen, um hier solche Verzahnungen hinzukommen. Was mich auch immer sehr wundert, ist, dass wenn man jetzt einen Wehplan erstellt oder ein Grundstück genau aufteilt, dann haben ja die bisherigen Grundstückseigentümer von, meistens ist es dann ja Ackerland, was da aufgeteilt wird für Baugrundstücke, praktisch keine Möglichkeit haben, sich dem zu widersetzen und zu sagen, nein, das ist mein Acker und ich möchte da Landwirtschaft betreiben und das soll ein Acker bleiben. Da steht eigentlich immer das allgemeine Interesse, man möchte da bauen und das Grundstück ist ja hinterher mehr wert, steht ja eigentlich da drüber und der Landwirtschaft kriegt irgendeine Entschädigung, ob ihm angemessen ist oder nicht, ist völlig egal. Aber der Landwirt hat ja überhaupt keine Möglichkeit, sich dagegen zu wenden, zu sagen, nein, das bleibt ein Acker. Gibt es da nicht irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten, dass man da, also, oder arbeitet das Institut auch in dieser Richtung? Also, wir haben tatsächlich ein bisschen ein Defizit bei den harten Fakten schaffenden Wissenschaften, wir haben auch keine Juristen, die sich jetzt mit speziell solchen Fragen beschäftigen, aber, also auch nur aus der oberflächlichen Perspektive, es gibt diese Möglichkeiten schon, das ist eben sehr aufwendig, also ich weiß, ich weiß von Fällen, wo sich durchaus die Landwirte widersetzen, also beispielsweise jetzt, wenn es im Bau von Straßen, die Regierungsstraßen und dergleichen geht, da gibt es schon die Möglichkeit, sich zu der Selbstwertigkeit über das jetzt formale Einstieg zu geben. Ja, das kommt drauf an, ne? Also, es kommt drauf an, wenn sie mehr mit dem Land verdienen, also ihre Gewirtschaft schon verdienen, als jetzt mit dem... Ja, genau. Also, ich kenne also, die kommen aus der Freizei, das ist ursprünglich, und die, also da wird schon seit 30 Jahren um eine Regierungsstraße gestritten. Das kann ich an der Stelle bestärken, also es ist erstmal sicherlich nicht das Sich-Verweisung-Phänomen bei der Siedlungsflächenentwicklung. Siedlungsnahe Ackerland-Anteile, die werden eigentlich eher gerne verkauft, im Sinne der Wertsteigerung, zunächst als Bauerwartungsland, schließlich Bauland, das heißt, der jeweilige Landwirt kann dann tatsächlich auch noch eine größere Geldmenge für sich requirieren, und das mag er in der Regel. Das sieht anders aus beim Verkehrswegebau, insbesondere beim Straßenbau, da ist also die Verwütung deutlich niedriger und im Grunde auch nicht lukrativ. Deshalb auch nicht lukrativ, weil mit dem Verkauf eines bestimmten Maßes an Fläche in der Regel eben nicht der Verlust eines ganzen Ackers oder die in Wertsetzung, monetäre Wertsetzung eines ganzen Ackers verbunden ist, sondern nur eines Streifens. Und dieser Streifen zerschneidet dann unglücklicherweise die Bewirtschaftungsflächen. Das heißt, der Landwirt, er holt sich damit eigentlich zusätzliche Nachteile neben dem viel zu geringen Verkaufserlös ins Haus. Deshalb mag er das normalerweise nicht. Irgendwann, üblicherweise im Zuge von Generationswechsel, ist dann häufig doch der Zeitpunkt gekommen, das Land zu verkaufen. Oder aber, und da gebe ich Ihnen jetzt recht, das öffentliche Interesse an dem Bauvorhaben, insbesondere wenn es sich um einen höherrangigen Verkehrsweg handelt, wie Autobahn oder Bundesstraße, wo also der Bund im Hintergrund steht, das kann dann tatsächlich dazu führen, dass es zu einer Enteignung kommt. Oder aber in anderen Fällen wird irgendwie so eine Kurve eingeplant. Das heißt, das Landstück, wenn es bautechnisch geht, wird ausgespart. Macht man relativ ungerne, aber es passiert durchaus. Es gibt da also verschiedene Handlungsstrategien an der Stelle und von daher muss man auf jeden Fall Verkehrsflächen in Anspruch nehmen und Siedlungsflächen in Anspruchnahme hier ein bisschen trennen. Ich glaube, in meinem Leben Baulandentwicklung gemacht. Also ich könnte diese Frage sehr gut beantworten. Denn bislang haben die Landwirte ja verkauft über ein Vielfaches Bodenwertsteigerung erhalten und haben dafür, als es noch ging, wesentlich mehr Flächen für sich selbst gekauft. Das heißt, wir haben an anderer Stelle, als es noch möglich war, Riesenflächen für diese acht Hektar, die so ein Bauland im Durchschnitt hier ungügend wo draußen macht, Geld gekriegt und haben Flächen dazugekauft, haben sich also erweitert. Und im Straßenbau und gerade hier, wenn es um Bundeskanzlerin geht, in der Mitte derzeit steht.